Hi, ist der Perl von Session und das ist die Stefanie von TC Helicon. Stefanie, ich habe hier das Voice Live 3 in der Hand, was schon die meisten kennen werden, aber ich habe gehört, ihr habt ein neues Gerät. Ja, der Voice Live 3 Xtreme. Ja, aber die sehen doch total gleich aus. Ja, vielleicht draußen, aber drinnen hat die Xtreme viel mehr. Die hat zwar genau dieselben tollen Stimmeffekte, genau dieselben tolle Gitarreneffekte und genau derselben tollen Multitrack-Looper. Aber das kann noch viel mehr, es kann nämlich bis zu 100 Playback-Tracks importieren. Ich kann dann alle meine Effekte synchron zu diesen Playback-Tracks automatisieren. Das heißt, ich muss nicht mehr auf mein Pedal gucken, ich kann mich mit meinem Publikum beschäftigen und ich habe die Möglichkeit, mit nur einem USB-Flash-Drive meine Performance in hoher Qualität aufzunehmen. Das heißt, hier USB rein, auf Aufnahme drucken und ich habe alles, was ich brauche, um einen tollen Aufnahme zu haben. Wow, okay. Ja gut, da würde ich sagen, im Video werden wir das noch mal mehr erläutern und wir freuen uns drauf.